Tag die Herren und Damen, Willkommen bei Team JimmyJuul. Wir spielen wieder mal Battlefield 4. Und was treibt ihr so derzeit? Das ist doch schon mal etwas. Ich kann mit der Map noch nichts anfangen. Ist klar, ihr seid alle gut drauf. Mann, der steht neben der Explosion meiner RPG und überlebt es. Einer kommt hoch. Jaja, ich bin schon tot. Spritzmaschine. Ich bete bitte und alles. Sniper! Was denn, wo denn, wer denn? Hab ich markiert, aber es bringt ja nicht viel hier. Ich bin echt, ich würde da so keiner rumhäut wegen RPG und irgendwann spielen. Wundert mich auch ein bisschen, aber kommt noch. War wahrscheinlich. Alleine weil ich es jetzt gesagt habe wahrscheinlich. Ja. Natürlich spawnen die alle hinter mir. Ich hasse es. Nein, nein. Und dann mit der Famas. Elf mit oder was? Oh. Ne, Spritzmaschine. Wo ist denn der hin? Wenn ich das wüsste wäre ich wirklich. Ich möchte nicht mehr, dass irgendjemand bei mir spawnen kann. Woho! Können wir bitte das Team spawnen ausstellen? Ich werde so auch von irgendeinem meiner Team-Mails über mir spawnen gebrochen, weil ich immer dumm reinrenne. Ich glaube bewusst. Das war es jetzt gerade so. Das war ja bewusst. Ja gut, aber... Der hat gerade die komplette RPG abbekommen. Nichts. Ja, ach, mein live in a nutshell. Darüber rede ich mich seit... Ja, aber wenn es mir nicht passiert, kann es mir egal sein. Nein, Quatsch. Aber... Naja... I see what you said. Ja, sad ist es wirklich. Ist klar. Slidet der überm Boden her und kleidet mich ab, alter. What else? Tell me more, bitch. Scheiße. Yep. Ich spiel wieder mit der Fall. Mit der Fall. Fall, Fall. Warum gibt es eigentlich keine FL hier? Weiß ich nicht, frag doch mal nicht. Wen denn? Äh... Populus, Johannes, Paulus... Erstus. Erstus, ja. Kannst du auch Bastus fragen, wenn du möchtest. Aber ich glaube, das bringt dir nicht viel. Ich weiß nicht, wie sehr, was das Kenntnisstand überbettet wird. Gar nicht wahrscheinlich. Na, der spielt schon viel. Ich wusste nicht, dass der Battlefield spielt. Na, das weiß ich nicht, das weiß ich ja eben nicht. Ich hab so gesagt, dass der Spiel spielt. Krieg schon wieder hier auf die Mappe. Nes... Fluch des Aufnehmens. Mhm. Spaß ist anders. Ach, komm. Ich muss mal die A1 wieder auf auspacken. Die A1 für mich, was ich höre sie fühle. Ich wurde davon so oft mittlerweile abweggeholt. Alter, der Elfin hat so an. Jetzt safe oder was? Nein, ich... Keine Ahnung, was weiß ich. Aber ganz gehör ist er mir nicht. Naja, gut. Ist er nicht erst seit jetzt nicht ganz gehör. Unten ist raus. Wow, das war ein Schrotwinter. Ja. Welcher Depp? Der wäre der Depp hinter dir. Ja, sag ich ja. Talion, oder Talion, oder wie er sich nennt. Nein, der, der, der auf der Treppe lag. Ich wusste ich, dass er schon tot war. Ach so. Eine Spritzmaschine ist aber auch ein bisschen komisch. Mhm. Mhm. Das gibt's nicht. Jetzt wird sich aufgeregt, hast du doch gesagt. Was denn? Über Spritzmasch... über... über... rpg. Äh... Jetzt wird keiner mehr einen Benutzer ne ganze Zeit lang. Ja, jetzt steht der oben im Chat rpg nun. Ach so, ja, das sind hier die Gäste. Das ist auch Spritzmaschinen, klar. Wahrscheinlich hat Spritzmaschinen gesagt, ey, sag mal du denn das, ich kann mich nicht aufrechnen. Das ist sogar zu gut, oder? Wer weiß. Aber mit nur einem Punkt kommen wir da hin, ne? Ich weiß, aber einer wär schon mal ein guter Anfang. Ja gut, ein Halter wäre jetzt auch schon ein bisschen nimmer. Maaan! Haha, Spritzmaschinen. Ich komm hier even raus, ey. Elfen, alter. Es wär natürlich gut, wenn ich noch even rauskommen würde. Elfen geht denn so. Wir haben ja auch ein Spawn, wie ich noch gerade gehört. Natürlich fickt der uns beide mit der Short... Ach nee, der hat nur mich gefühlt. Mit der scheiß Shorty, Alter. Ich hatte voll AP und ich... Natürlich fickt Elfen, mich und... ...zwei weitere. Ich bin bei dir. Ich stehe mal Elfen, ne? Ne, Elfen ist doch... Elfen ist tot, Aldrin rein. So ungefähr. Wie kann es zerstören? Der Inter-Kowlaki. Ach man, der hat die AP jetzt voll... Ich muss mit dem anderen wechseln. Ich denke jetzt. Boah, das sind aber jetzt auch so überhaupt nicht getötet, oder? Ne, ich hab auf zwei verschiedene gleichzeitig geschossen und hab dann vercheckt. Das ist immer ne schlechte Idee. Ich weiß. Ich hab die Waffe gewechselt, wie so ein Dummer. Ja. Yo, um die Ecke wegschuss. Genau. Um die Ecke kommen, Kopfschuss geben, weitermachen. Ich mach das immer so, du nicht? Nur wenn ich anhab. Hast du jemals in deinem Leben eigentlich eine Egg benutzt? Nein. Sorry, dass ich ehrlich bin. Ja, ich hab's gemerkt, nachdem ich gestorben bin. Ich hab den nicht hingekriegt, Alter. Witz. Hast du nicht gesehen, dass der sich hingeregt hat? Jetzt mal ernsthaft. Doch, aber... nicht wahrgenommen, oder? Hast du schon geflogen? Kannst du auch weiterreden, oder? Ja, ne, ich war gerade mitten im Bumsen. Ähm. Ich hab's... Ich hab's gecheckt und, äh, hab... Woll, aber... Du, Ruhe! Hab aber verkackt nachzuladen. Beziehungsweise war schon in der Nachladeanimation drin, und dann war schon zu spät. Ich hätte gehofft, der lässt sich ein bisschen mehr davon abdenken, dass da zwei Leute kommen. Naja, ich würde sagen, gute Menschen, äh, gute Spielerschießen, na, der ist einer, 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 der ist der Mann, aber vielleicht ist das genau der Geheimnis. Ich mein, mir geht's ja auch nicht an, dass ich dann manchmal ein bisschen üblich werde und dann auf drei verschiedene Schießen und dann sterben und gar kein Kill krieg, aber vielleicht ist das das Geheimnis, so. Ja, es wäre natürlich sinnvoll, nur auf einen zu schießen, erst mal. Also... Mann, da lauf' ich wieder in drei Mann rein, kein Kill bei mir, elf, und dreht mich unbedingt tot, alter. Also, wenn wir, wenn wir nach der, nach der Folge noch einen, 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 einen. Wobei ich nicht schlafen sollte, aber ich überlege gerade, ob ich den Gürtel deutlich habe. Natürlich, Bimi, spring mich an und gib mir einen One-Shot mit der Deagle, wenn ich die Runde an der Bär. Also an sich natürlich etwas Dunkler, aber... Ja, was soll ich dir sagen, ey? Es ist alles nervig. Was zum Teufel hast du jetzt mit dem Gürtel gemacht? Nichts Relevantes. Nee, es hat ein bisschen geklappert hier und da habe ich ein bisschen die Schraube festgezogen, weil die mir auf den Zeiger gegangen ist. Das hättest du jetzt nicht nach der Runde machen können. Nee, es ist akut gewesen. Ja, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin... Irgendwann hau ich dir akut dann vor die Fresse. Bis dahin hau ich mich akut vor die Fresse. Tschüss, wir sind cool.